Oh Leute, da sind ja die zurückgebliebenen xp, sollte man gleich mal einfordern. Geil, man nehme ich mal an weiß. Hallo. Ah ne. Oh, die haben jetzt was verändert. Gruppe verlassen gibt es links direkt. Ja, hab ich gerade gesagt. Hat nicht zugehört. Item Shop und jetzt erst angezeigt. Ah. Ja, diesen, den Brille mal gekauft hat aus Versehen. Aha. Welchen hat er denn aus Versehen gekauft? Ganz links. Nee, den Rennen, den Überholer oder so. Den männlichen oder den weiblichen? Ach so. Unendlicher Depp. Leute. Das muss es sein. Erwerben. Ja. Wie unnötig. Es ist nicht unnötig. Hast du Bütty seinen Creator Code eingetragen? Ja klar Bruder, auf Ehre mit Bütty seinen Creator Code. Gut. Ehre geht nochmal raus an Bütty. So. Jetzt guck dir das mal an. Gut, mach bereit. Ja mann. Ich find das voll geil. Ich kann jetzt immer vor euch flexen. Seid ihr vor. Ich flex einfach so. Junge. Viel mehr kann man damit flexen. Nein. Guck dir das Ding an, dass es so nah ist. Ich flex jetzt. Der Mode ist nice. Guck mal, hör dir mal den Sound von dem Mode an. Hör mal kurz mit deinem Mode auf. Riggert. Komm mal her. Mach doch. Der Sound ist nice. Ne. Ich find den geile. Achtung. Du musst dir gleich mal den Kleider angucken und schau. Okay. Geh mal denn eigentlich hin, mein Freundchen. Jetzt wollen wir mal Sortie gehen. Ich muss Sicherheitspläne von The Wig oder der Yacht holen. Was ist der Unterschied dazwischen? Irgendweißens. Genau das gleiche. Ja, da kriegst du halt Ghost oder Shadow. Wo muss ich hingehen? Um den weißen Skin zu bekommen? Ja. Du hast doch schon deine Mission ausgebildet, oder? Ach, scheiße. Muss ich zur Yacht. Na gut, dann lass jetzt einfach Holy gehen. Stimmt, das stand dort drin, geht zu der Yacht. Ja, geil, ne? Wenn man wieder mal lesen kann. Ja, ich hab das schon gemacht. Ich hab's dann. Ich hab gar nicht gecheckt, dass ich die im Inventar hab, weil ich jemanden getötet hab, der das davor schon gemacht hat. Da bin ich zum Schrank gegangen und wollte das halt grad lernen. Das Standort wurde bereits geklaut oder so. Und dann hab ich gedacht... Das kann nur einer pro Runde machen. Ja. Und du kannst ihn da töten, dann gibt's dann Drop Dead. Also das wusste ich nicht. Und wo musst du das hinbringen? Weil ich mir im Inventar geguckt. Warte mal kurz. Dann hab ich mir im Inventar geguckt. Und hab das gesehen. Und dann hat der... Also hab ich sie dann noch bei Frenzy schnell abgeworfen. Aber es gibt halt bei jedem benannten Ort noch so einen Thiefkasten mit Ghost oder Shadow. Und du musst halt, wenn du Ghost hast willst, in die Ghost-Diefkasten legen. Aber es wird dir angezeigt, wo der ist, oder? Ne. Alter. So unehrenhaft. Wir wissen doch, dass ich nicht weiß, wo die Briefkästen sind. Wird gepusht. Ja, das war ja nicht schwierig zu finden. Ja, du... Du hast immer gepusht, wenn er vorne dran ist. Oh. Hier ist auch ein Duo. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn tot. Danke. Hab einen. Perfekt. Ich hab auch einen. Schampheld platziert. Ich hab jetzt ein Schampheld platziert von mir aus versehen. Also das heisst, ich komm' jetzt einfach mal schnell zu dir hoch. Das ist mir egal. Wir haben eine Tag für dich. Und ein Medi-Kill. gegner ich komme oh mein gott wo ist er denn 60er hat was er denn eigentlich aber das macht irgendjemand an der seite hier ist ja meine waffe ich habe keine fänger mache warte kurz max hast du metz ne oder ja können wir im teil bauen hey schlecht money boy it in 80 was nachladen bruder alles gut ich wollte den stress machen man ich hab ganz gedacht er hat noch und du mal das war der den ich schon am anfang gesucht noch eben hallo bleibt mal stehen weil meine anzeige hat gesagt von wo die schüsse komme ich und kriegt aber diese anzeige mann schaden kriegt dann hat es bei mir einfach weil ich kann ich ein blaue panze jetzt ist es hier getroppt du kann ich doch noch welche kann das sein ein pg da draußen ist auch weniger daraus sind auch mini draußen liegen auch noch minis besser ist das ist so dumm du musst einfach nur darüber ach du hast die schön gerne hatte eine getroppt oder wie was hast du gerade eine grüne ich spiel tech dann hast du lieber deine liebungswaffe spielen hier an der stelle ne meine liebungswaffe ich spiele einfach nur nochmal grüne tech oder nehme ich die grüne tech hier sind noch welche warst du hier überall schon drin wo sind die welche ich hab grad schütze gehört von da hinten okay traurig dass man so was geschockt ist lass mal abchecken gegner noch keiner gesehen ich gehe nochmal hoch die einfach niemand die anrichtung kannst du es mitnehmen ich habe die band der sparsuka ach so ich habe auch ihn anlegen meine weg weil ich muss ja alles zurücklassen wenn ich die ganze Zeit einfach rumfliege dann sieht man richtig habe ich auch posten bist du gerade oder schließt jemand auf dich doch sind geschossen ich hoffe geschossen hast du schlafen aber war der kurz muss noch ein bisschen abbauen hier kommt noch ein bisschen metall metall ist wichtig zum einbauen wenn man mich dort steht dafür hinspringen kann war da geht's ich darf hier vor den Depp machen huch ich bin da so cool ich glaube darf ich doch tatsächlich den Depp machen warte wo sind die denn alle hä hier sind doch gar keine ich habe ihn schon warte ich mach auf wenn ich verwandelt hast du was denn hey ich bin noch sein es ist dumm du warte warte Bisschen abbauen hier, Max. Wir brauchen das. Hier, Richard, für dich. Oh, geil. Absch... Was denn? Geil, Mann. Noch gar keinen Stein richtig. Also, Max, komm her. Ich kann dich doch hochheilen. Ich brauche noch Stein. Nur kurz Stein suchen gehen. Eigentlich wollte ich dich ja heilen. Ja, musst du mitkommen. Ja, ja, ich komm noch hinterher. Tschüss. Irgendwie sieht der Teig jetzt aus. Es ist einfach alles abgebaut. Ich rüste mal kurz auf, ne? Nicht, dass es jetzt klappt. Ist noch eine Truhe, Max. Wie gesagt, du hast den jetzt blut. Du hast doch oben. Ah, ein Biggie sogar noch. Ja, ich trink den. Das Gebäude auszieht. Auf geht's. Wir müssen in die Zone, Max. Alter, den ein bisschen vollziehen. Die Geländer gehen so viel Metall, die uns nicht abfallen. Ah, hier drüben ist noch eine Truhe. Komm mit hier drüben. So eine Truhe. Danach können wir schnell in die Zone. Na, hör mal. Kannst du einen Biggie mitnehmen? Digga, nein. Ich habe schon White hier dabei. Ja, ich habe jetzt einen Biggie dabei. Dann siehst du es. Aber wenn du einen grünen Sturm, du findest, lag das. Warte mal. Da hinten lag noch eine grüne Salve, weil ich mir eigentlich eine blaue gefunden habe. Ja, die will ich nicht. Dann siehst du wieder als Trauer. Blöd. Der Geile mag ich nicht mehr. Nur die Legende, der ist mir. Biggie, nee, ich kann die mitnehmen. Ich habe, wie gesagt, keinen Platz. Oh, muss doch ein Biggie mitnehmen. Ich kann ein Biggie mitnehmen. Hey, habe ich doch ummarkiert. Ich will mal da jetzt nicht reingehen, Max. Weil ich meine, so viele Leute leben ja auch gar nicht mehr. Oh, ich habe hier hingeschossen. Hier unten. Na, da kurz. Der muss ja auch genau in dem Moment was setzen. Immer so, Max. Das musst du hier beim Slipen merken. Ich denke immer, dass er es was setzt. Ich möchte ihn einfach mit Bandagen abwerfen. Leicht unter der Brücke. Unter der Brücke. Da hinten. Ja. Die müssen eh klein-moven. Halt drauf. Komm hier hin. Wir sind meine Sohn. Wir können den... Ja, der wird dann hochkommen, denke ich mal. Ja, der ist eher da. Es wird er kommt weg. Nein, lass hier bleiben. Lass hier bleiben. Bleiben wir gucken. Der ist rechts von uns. Ich muss hoch. Ja, wo denn? Es ist links. Der wackelt einer. Der wackelt einer. Ja, der wackelt einer. Ja, der wackelt einer. Oh, jemand. Oh, dich hinten. Soll ich einen Biggie trinken? Mach, was du denkst. Wer hat jetzt von zwei Seiten gegroßt? Geh runter, geh runter. Jo. Junge. Achtung, bleib auf den linken. Ja, ja, ja. Mach mal bei der Aschversuchung. Pass auf. Guck grad vor uns. Dort schon. Ja. Pieken. Jetzt kommst du mal ein Duo. Dropped runter, ist runter gedroppt. Ganz unten. Ja, du... Mach mal hier. Mach hier. Geht nicht. Oh mein Gott, war das knapp. Ich hab halt nicht mehr so viel Schuss, so ganz vier, ne? Hast du Sniper-Munition? Äh, sechs Schuss, ja. Warte. Nein, ist egal. Ich hab's nicht auf den Mund. Nimm doch einfach, ich brauch's eh nicht. Warte. Warte. Weiße, auf mich. warum muft nur der eine ich bin jetzt ab in die zone hat jetzt uns dann belagern ein hat nicht gefahren wird gebaut was machst du gehört auch hier ist niemand alles gut wir sind blöd ist bei den ein das ist dumm ja ich habe eh nichts mehr kleines und wir müssen drauf pushen am ende kommen 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 wir machen so mittiger hier zu den drei bäumen noch bg und wird so eine camperrunde weil die machen ja gar nichts vor uns haben wir alle rufen oder einen job wir konnten zum top können max ja warte bin der helljunger von hinten und hinter dir hinter dir diese trommel gerne ja auch mal vorne zu sein geht nicht geht nicht hier muss weg maxi muss weg ja bin da und jetzt haben die andere von hinten da bist du ja natürlich kommt jeder von hinten aus der ecke ich habe von so was gehört aber ich habe nie gesehen nur machen ja komm Hau zu, hau zu! Geh mal weg. Und abfuck, Alter. Die Trouble Gun ist hier überhaupt nicht unfair. Keine Trouble Gun. Also schon. Die Scheiß. Die ist. Oh, oh, jetzt hat sie mich fest. Ich hab's gut gemacht. Nein, trotzdem nicht holen. Da war doch gar nichts. Die hat mich nicht gesprengt. Ich hab nichts gehört. Da war nichts. Bei mir nichts. Ich hab nichts gehört. Deshalb hab ich mich gewundert. Was ist denn mit dem Game eigentlich los? Das kann nicht sein, dass es so verbuggt ist. Ich hab nichts gehört. Es war einfach plötzlich, als ob jemand... Ach, das Game. Ähm... Der Typ kriegt so geiler Headshots. Wenn wir ihn drauf pushen, dann kommen noch gefühlt die anderen. Oh, ich hab Charlie bekommen. Geil. Okay. Halt. I am exercurança. We have to. In d shorter Prymmenki... ittery Hand Q&A oolgoo Oh, ja! Cool Bistmarket еди